Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Going Medieval. Ja, und willkommen zurück schon mal zu unserer kleinen Behausung hier. Wir haben ja in der letzten Folge angefangen, hier, also wir haben das Lager errichtet. Betten stehen schon mal bereit und hier machen wir so eine kleine Produktionsstätte. Und im nächsten Fall werde ich mir überlegen, ob wir schon mal irgendwie gucken, dass man halt mit der Forschung anfängt und Felder anlegt. So, Forschungstisch fehlt. So, wir werden jetzt einen Basisforschungstisch bauen, damit wir schon mal, ja, den Forschungstisch werde ich erstmal, ja, den baue ich mal hier hin, oder? Ja, so, so, dass er hier ist. Oder vielleicht erstmal hier hin. Ja, so. Da kommt der Forschungstisch hin. Und. Ja, dafür braucht man anscheinend so Chroniken. Die werden wir dann herstellen müssen, wenn es soweit ist. Ja, äh. Noch gucken wir uns das mal so ein bisschen an. Wir könnten ja uns schon mal so Gedanken machen, ähm, behandeln, ja. Aber, wir haben eh, okay, Medizin ist hier, äh, Barbata ganz gut eigentlich, dass es vielleicht Barbata übernimmt, die Behandlung. Äh. Gesund fliegen scheint irgendwie keine wichtige Tat zu sein. Barbata wird jagen, der Rest nicht. Bauen tut mal, ähm, ja, wer baut eigentlich, so. Hm. Vielleicht eigentlich nur erstmal Emet und Barbata, würde ich sagen. Anpflanzen ist eigentlich egal. Botanik sind die alle nicht so dolle. Wobei ich schon sagen würde, dass man erstmal transportiert danach, ja. Transport. Und Hausmeistertätigkeiten. Ähm, kochen ist wichtig, ja, logisch. Dann könnte man irgendwie anfertigen. Was ist denn anfertigen? Ziegel hergestellt werden und so. Pflanzen schneiden, zimmern. So, forschen. Ja, ähm. Eigentlich hier forschen. Dann der Rest hier, so zwei. Dann geht man gerne mal, Pflanzen schneiden ist ja auch Holzfällen und so weiter, ne. Bäumefällen, genau. Dann würde ich eigentlich sagen, dass man, ähm, Pflanzen schneidet. Also hier Bau, Transport, etc. Logisch. Dann Pflanzen schneiden. Und dann würde ich sagen, dass man, äh, anfertigen, dass man halt hier irgendwie erntet, ähm, Schmieden haben wir noch nicht. Schneidern auch nicht. Forschen hier auch erstmal nicht. Also, äh, Emet würde dann gesund pflegen, klar. Dann bauen. Dann Hausmeister und Transporttätigkeiten. Dann irgendwie Pflanzen schneiden. Das, da gehört irgendwie die, äh, Forstwirtschaft dazu. Bergbau haben wir noch nicht. Nehme ich erstmal raus. Hier sieht's eh nicht aus. Ähm, hier würde ich sagen, 1,1, ja, danach forschen. Dann kommen diese Tätigkeiten. Dann würde ich Pflanzen schneiden. Und dann, okay, wer jagt? Barbata jagt. So, dann, äh, Pflanzen schneiden. Logisch, dann kommt irgendwie der Bau. Würde ich mal sagen. Dann kann man ernten und den anderen Kram. Dann nehmen wir erstmal raus. So, dann haben wir hier bei, äh, Tidgar gesund fliegen. Dann kochen. Dann die ganzen Hausmeister, Transporttätigkeiten. Dann kommt Pflanzen und dann der Rest wieder. Also ernten soll irgendwie jeder mal machen. Würde ich mal sagen. So, dann lassen wir das in den Einstellungen nochmal laufen. Ich könnte hier auch nochmal irgendwie einen Terminplan erstellen, dass, äh, ah ja, ich hab jetzt komplett vergessen, dass wir ja, mhm, so eine Art Schreine brauchen. Da brauche ich mal zwei davon. Wir haben ja von beiden Glauben, was da. Und ich werde hier dann nochmal so einen Backgammon-Tisch in unser, in so unsere Gemächer setzen. Einmal hier so. Dann ist das nämlich auch erledigt. Und wir brauchen scheinbar Holz. So, ausgewachsene Bäume. Nehmen wir mal so wieder fünf Stück. Sind die ausgewachsen? Ausgewachsen? Ja. Ausgewachsen. Hier bitte. Ausgewachsen. Sind schon mal fünf. Genau. Wie sieht es eigentlich mit Heu aus? Heu geht. Wir könnten hier aber auch wieder ernten. Ne? So. Viel zu tun. Viel zu tun. Lassen dann auch mal ein bisschen schneller laufen. Die Leute gehen, glaube ich, auch gleich mal ins... Ne, die tragen. Ja, sollen die mal machen? Rein mit dem Zeugs. Haben wir hier Sachen, die wir ernten können? Ja, da müssen sie echt aber laufen, ne? Einscheinend. Ernten. Können wir auch ernten. Ah, das reift gerade. Das lassen wir. Gibt es denn noch irgendwie so reift? Ah, ich werde mal das Befehlfenster benutzen. Äh, Pflanzen schneiden, ernten. Ja, nehmen wir mal die auch hier mal mit rein. Und es ist Nacht. Wir lassen nochmal schneller laufen. Ja, äh, prinzipiell, Leute, werde ich mal sagen, dass, äh, morgens egal ist, zwei Stunden. Dann wird eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Stunden gearbeitet. Und dann sollen die mal zwei Stunden Freizeit haben. Dann probiere ich das mal und füge das bei den anderen mal mit ein. Und schneller bitte. Wird schon mal gebetet, sehr gut. Backgammon-Tisch. Heu wird reingeholt. Holz ist immer noch ein Thema, ne? Ja. 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 Nehmen wir dann forschungstisch fehlt wie so der wird noch aufgebaut irgendwie brauchen wir mehr holz ausgewachsen abgestorbene bäume können auch gerne mit rein ja nahrung wird auch schon mal hergestellt das kommt rein einmal rein tragen alles jetzt wird natürlich erst mal gefällt ist gut damit die sachen hier auch fertig werden fertigkeitsstufe baufertigkeit ist gewagt höher gekommen so wir gehen mal kurz in die forschung so ihr lieben wir haben verfügbar 25 chroniken noch und da werden wir mal schauen was wir dadurch nehmen so natürlich architektur wenn wir das nehmen schaltet frei holzbalken so zugeordnet also wir haben also zugeordnet sind davon 15 die chronik muss man aufbewahren die man eingesetzt hat und wir haben jetzt 10 zur verfügung ich würde gerne auf die landwirtschaft gehen aber insgesamt 15 deswegen werde ich noch mal fünf chroniken produzieren so und ja dann lassen wir mal weitermachen nahrung scheint momentan nicht so das thema zu sein chroniken werden schon mal hergestellt perfekt ja immer noch bäume also ist immer noch nicht genug finde ich wächst aktuelle wachstumsweise ausgewachsen 1 2 3 4 5 dann nehmen wir die auch noch mal rein und ja die arbeitszeit ist glaube ich vorbei genau jetzt ist so ein bisschen terminplan arbeitszeit genau bis 7 uhr geht das können zwei stunden das machen worauf sie lust haben eventuell ja auch sogar ein bisschen arbeiten aber ja die gönnen sich ja auch schon gut bier ne so ja der matt haut hier noch mal so ein bäumchen weg und geht glaube ich auch ins bettchen schlaf muss nachgeholt werden benötigt der alkohol ja also gemütlich ist es ja schon so so gefühlt ja es regnet wie sieht das denn somit mit dächtchen hier aus ja das sieht doch schon so nach etwas aus warum hatten die garten stimmungsdauer was war der grund stimmung stimmung neutral okay interessant wir boosten noch mal so unsere holzreserven und wenn das dann passt dann werden wir mal irgendwie schauen dass wir also geforscht ist ja schon eine forschung ist verfügbar deswegen gehen wir mal ins forschungsmenü und da werden wir dann schon mal die ersten helder anliegen würde ich dann mal so hier in ja wenn wir mal sehen so holzbalken ja klar damit wir decken tragen können ich würde mal auf land so möbel könnte man natürlich auch nehmen aber ich würde mal auf landwirtschaft gehen bei schalten so dann nämlich können wir gerstenfeld kräuter dann werde ich werden wir schon mal ja gerstenfeld wo fangen wir an ich würde das mal so 10 zu 10 mal das hier so nehmen oh unfruchtbarer boden ja dann gebiet bereich verkleinern so dann geht das halt hier los bereich erweitern eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht hier kommt ein gerstenfeld rein doch bewohner sind untätig wird hier gesagt das ändert sich gleich warum machen die das nicht schauen wir mal ganz kurz in den tätigkeiten anpflanzen okay ja sollen mal anpflanzen jetzt wird ich schon mal schön gearbeitet und dann werden wir noch ein fältchen nehmen was kann man denn noch so anbauen wir könnten gerstenfeld also gerstenfeld vielseitiges getreide für brot haferschleim oder erfrischendes ale verwendung als futtermittel zum mästen von die flügel kräuter zum heilen könnte man das verwenden karotten die lecker schmeckt kann auch gelagert werden um sie später zu genießen dann hat man flaxfeld kohlfeld wir machen mal so ein kräuterfeld auch schon mal das kommt dahinter noch mal hier hin so und ja gerne schneller natürlich das wird schon mal entfernt ja also ich weiß nicht ob es reichen wird ne also keine ahnung ob das reicht ähm werden wir dann soweit sehen minimale außer temperatur fünf grad maximal ertrag in acht tagen wachstumszeit 20 tage also wachstumszeit 26 und maximaler ertrag in 14 tagen was bedeutet das das check ich nicht ganz naja werden wir sehen das ist auch gut da werden sie jetzt auch so trainiert quasi die sollen das mal gerne machen und soweit so gut noch haben wir so ein bisschen nahrung da oh das ging aber irgendwie schnell in die abendstunde rüber da wurde dann halt auch echt gearbeitet ne so schon mal bierchen es wird gebetet es wird gezockt kaufbewohner sind untätig wir haben gerade keine arbeitszeit eigentlich ne sollen sie können sie gehen ah ok das geht ja dann weg die sind schon schlafen gegangen ne also waren sie dann schon erschöpft ich guck mal ob der schlaf reicht toriel ausrüstung haben wir schon gemacht zwei uhr acht komma so wir da einmal weiter unterhaltungsaktivität alkohol nahrung werden wir sehen die sollen erstmal arbeiten und ich habe echt bammel dass es sonst im winter nicht reichen könnte deswegen ja alt ist auch so ein bisschen zinne aus holz ja ich könnte hier jetzt mal so eine so eine art äh hm was gibt es denn hier so an beteiligungsmöglichkeiten lehmzine aha wir können mittlerweile auch lehmwände machen das ist rudimentär das ist rudimentär das ist als behausung besser ne so eine lehmwand sehe ich gerade so ein weidenboden bringt irgendwie nicht viel äh so eine art knasttür ne kann man durchgucken lehmtreppe okay lehmfenster deckungseffektivität was ist deckungseffektivität ah ok ja also die behausung könnte anscheinend wie wir jetzt ja sehen so aufs lehm gemacht werden also das wäre jetzt nicht so das thema ja niedrige nahrungsreserven auf lager ja ähm ja wir könnten ja auch mal jagen gehen lassen ähm wir jagen ne wir sammeln erstmal bären ne so ähm befehle hier sind paar bären dann kann hier nochmal was eingesammelt werden wenn es überhaupt geht ja ähm dann bitte einmal hier und das breche ich mal ab wir brauchen noch kein Heu so sammeln wir mal so ein bisschen nahrungsmittel nahrungsmittel wabata hat schon mal ihre botanik verbessert gerade mal auf stufe 2 ja die müssen erstmal hochkommen ne das kommt mit der zeit tika ist was und es sind mittlerweile schon so 18 grad draußen boah das dauert echt lange noch bei denen ne aber ja weil die halt noch nicht so trainiert sind so knacki ibelote blickte ständig hinter sich aber es waren die blutenden striemen an den knöcheln von ibelote die sie als häftling auf der flucht verrieten würdest du ihr unterschlupf gewähren sie könnte verfolgt werden hm hm zwei waldbanditen wir nehmen sie auf so die gute äh schauen wir uns mal an sie ist gut im behandeln also zumindest engagiert Meisterschütze ist jetzt nicht so ähm sie hat jetzt keine gewisse aufgabe die sie machen muss würde ich mal sagen deswegen macht sie mal hausmeister und transport tätigkeiten und dann äh pflanzen schneiden ja und dann macht sie ein anpflanzen und und ernten und wir stellen hier natürlich nochmal ein Bettchen hin das Bettchen würde ich dann hier hinstellen und dann lassen wir sie mal reinkommen Terminplan jo irgendwas und dann aber bitte arbeiten und danach erst Freizeit Feinde kommen in 22 Stunden Waldbandit dann ja ibelote bitte wo ist sie da genesen ah genesend was hat sie hier sieht man das ausgerenkt schulter sie wird jetzt grad behandelt dann soll das mal hier verbater machen aber sie ist ja was ist sie denn sie ist eine gute äh äh Meisterschütze nicht so Nahkampf ne haben wir Nahkampf Waffen nicht wirklich sie ist im Nahkampf bei 6 der Tietga bei 5 6 Babata 9 ja über Lotte ne das kann irgendwie keiner von denen ausrüsten ja interessant wir können scheinbar hier nichts machen ähm Produktion Lagerfeuer Basisforschung also wir können auch nichts bauen deswegen müssen wir forschen für Waffen da das aber ihr Lieben schauen wir uns in der nächsten Folge an da wird auch glaube ich der äh der Angriff stattfinden ja ihr seht das ist ein bisschen anderes Flair auf jeden Fall aber es gefällt mir also bin ich mal gespannt wie sich das hier noch so entwickelt ähm ja schauen wir mal wie weit wir kommen ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen äh freue mich aufs nächste Mal mit euch bis dahin macht's gut passt auf euch auf ciao ciao euer Fari b b b b b